Ich bin Sandra Pieper und ich studiere bei Hans Grohe Dual Wirtschaftsingenieurwesen. Der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen kombiniert Maschinenbau und BWL und aufgrund meiner Fachrichtung Produktion und Logistik liegt mein Schwerpunkt eher im technischen Bereich. Es gibt auch noch international technischen Vertrieb, allerdings hat Hans Grohe für seine Azubis Produktion und Logistik als Fachrichtung gewählt. In der Abteilung, die ich durchlaufen werde, komme ich hauptsächlich in die Schnittstelle Abteilungen zwischen Kaufmanager und im technischen Bereich und hier werden mir die Inhalte von beiden vermittelt. Auch an der Duale Hochschule, wo ich meine Theoriephase verbringe, werde mir in den Fächern wie Mathematik, Informatik, BWL, VWL, die grundlegenden Inhalte aus dem Maschinenbaustudium und dem BWL-Studium vermittelt. Ich finde das coolste, die Möglichkeit zu haben, ein Praxissemester im Ausland zu verbringen bei einer Tochtergesellschaft von Hans Grohe, um hier zum einen die Arbeitswelt im Ausland kennenzulernen, natürlich auch die fremde Kultur und die Sprache vertiefen zu können. Zum einen sollte man natürlich Interesse für Technik und Wirtschaft haben, aber auch ein technisches Verständnis erleichtert das Studium. Man sollte sich selbst organisieren können und sehr zielstrebig sein, da das Studium doch relativ stressig ist und man sollte gerne im Team arbeiten. Die Talentschmiede ist das Ausbildungszentrum von Hans Grohe. Hier befindet sich zum einen die Ausbildungsleitung und zum anderen zwei Lehrwerkstätten, nämlich die für Metall und für Elektro und durch viele neue Maschinen bietet die Talentschmiede optimale Ausbildungsbedingungen für die Azubis. Ich finde Mädchen in technischer Berufe super. Klar, sie sind die Männer körperlich unterlege, aber das ist eigentlich ihr Vorteil, denn dadurch gehen sie an Probleme ganz anders heran, finden neue Lösungsansätze und das bringt eigentlich das ganze Team weiter. Ich interessiere mich sehr für Technik und Wirtschaft und fand in diesem Studiengang die Kombination aus beidem sehr interessant. Auch das duale System finde ich super und nachdem ich ein Praktikum in dieser Fachrichtung gemacht habe, stand für mich die Entscheidung fest, dass ich das studiere werde. Zunächst möchte ich den Bachelor machen und ich bin mir auch sicher, dass Hans Grohe mich bis dahin auf meinen beruflichen Weg unterstützen wird und danach hoffe ich, dass ich hier in einer spannenden Abteilung weiter arbeiten darf.